Sie sind ja ziemlich hysterisch. Man darf keine Bananen einführen, man muss ankreuzen und man Schuhe anhat, die man schon mal draußen getragen hat. Und so weiter und so fort. Und wenn nicht, ich koste das 400 Dollar strafen. Da hast du irgendwas aus Bio dabei? Ja, dich. Ich bin Biomasse. Diesmal wird es ein bisschen spannender, weil wir sind jetzt mitten in der Innenstadt und haben keine Ahnung, wo der Bus geht. Wir stehen einfach mal rum, wie soll es sein? Das Wander ist das Müllerfluss. Das Wander ist das Müllerfluss. Also jetzt sind wir da und es ist keiner da. Das heißt, wir kommen nicht rein. Das heißt, wir sitzen jetzt hier blöd. Aber hübsches. Unser Zuhause in Auckland. Geiler Black. Küche. Moira. Schlafzimmer. Und Bad. Sehen Sie selbst. Kann man nicht sehen. Mikrofon. Dahinter halt. Total cool. Würden wir hier das ja wieder machen. Klingt astrein. Wir werden nicht viel von Neuseeland filmen können, weil wir die ganze Zeit hier arbeiten sitzen. Das sehen wir den ganzen Tag. So sitzen wir hier drin. Da, hier und so und da. Und das machen wir wieder Kreuze, weil es wieder was fertig ist. Nämlich. Monday, Tuesday, Lyrics sind fertig. Liedere auch und Bass gibt es nicht. Harps ist fertig. Der Lied ja schon lange. Perker sind auch. Und Moira und Tom und die Backingbox und Keyboards gibt es nicht. Und die Extras, ich mach trotzdem Kreuze, weil es schöne aussieht, sind fertig. Und der Mix geht raus am vierten Januar. 15. Here I Go ist auch schon lange da. Baby Don't Cry und Blue Moon. Aber da habe ich die Daten nicht da, weil wir voll schlampig waren. Guck mal, da liegt auch schon nackt. Wir arbeiten zu viel. Ich fließe hier rum und mache ja erotische Bilder von meinem Handgelenk. Also dieses Video wird etwas kürzer, weil wir so viel arbeiten. Wir haben jetzt die ganze letzte Woche nur drin gehockt. Und deswegen nehmen wir euch heute mal mit zum Einkaufen. Please place the item in the bagging area. Bye. Please place the item in the bagging area. Please place the item in the bagging area. Please place the item in the bagging area. Nein, Maschinen sind nicht besser als Menschen. Na Schotti? Es ist so kalt, Alter. Es ist so kalt. Ich sage hier so ein bisschen weg und da auch und dann in der Mitte stehen lassen. das jetzt sehe ich so. Ist doch gut. War halt der falsche Laden. Vielleicht soll ich das nicht mein Becker sagen. Da wir nur gearbeitet haben, holen wir uns jetzt ein Auto und fahren über ganz Neuseeland. Zwei Tage. Ja. Wir nehmen einen Bus zur Autovermietung und dann nehmen wir ein Auto der Autovermietung zur Erkundung des Landes. Der Autovermietung. Neu. Neues Auto. Wir haben einen Upgrade gekriegt, eine kostenlose. Auf ein schwarzes Auto. Von einem blauen Auto. Auf einen Schrauch. Auf einen schwarzen Schrauch. Auf einen Schrauch. Hier geht's. Auf einen Schrauch. Wir haben ein Thema. Ja, du auch. Ich habe ein Problem. Wir steigen bei dir ein, oder nicht? Komm, hau ab. Wir waren an den Getränken dran. Wenn einer eine Reise tut. Schwein gehabt. Ich habe ein Problem. Ich habe ein Problem. Moira vergräbt die Reste ihres Mittags. Au, heiß! Hier sind heiße Quellen im Sand. Und wenn man sich ein Loch buddelt, dann kann man sich da reinsetzen und dann hat man einen Wallpool. So wäre das nichts. Ist doch schon voll das kleine Loch, oder was? Frau Fischer, Frau Fischer, wie warm ist das Wasser? Wie tief ist das Wasser? Ja, wie tief ist es, kann ich ja sehen. Voll warm. Voll warm? Ja, das blubbert schon fast. Du kannst reinbuddeln, wenn du willst. Und es ist noch schön warm. Oh, da ist ein Guppi. Au! Ich habe es gezweckt. Ja. Da sind Krebse drin. Nimm mal die Muschel da hoch. Das ist ein einziger Kreb. Oh ja. Schöner Blick auf den Supermarkt. Der hat aber schon zu. Die Muschel da hinten drauf sein. Jetzt sage ich euch mal was. Gestern habe ich das erste Mal den Film überhaupt gesehen. Wir sind bei den Hobbits. Für 150 Dollar. Zusammen. Die Spillen lieb. Obwohl. So Jewish tweeted Jackson to the area. Lovely rolling countryside. The huge road. Up to 30 different species there. Das war Cloud Hobbit Post. Ja. Aber da war nichts. Ja. 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 Wir sind movie original. Das war's. Ja. Das war's. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Das waren anderthalb Tage Auszeiten. Wir sind eben zusammen zweieinhalb Wochen hier und es muss reichen an Ferien. Ich guck da hin, du Nase. Und jetzt wird wieder weitergearbeitet. So, jetzt hab ich keine Lust mehr. Also Moira hat seit Beginn der Reise vor einem Jahr so ein Reisekissen und das ist so das einzige konstante Medium, das auf der Reise uns begleitet hat. Und das haben wir liegen lassen. Das heißt, wir sind jetzt gerade zu Hause angekommen. Wie man sieht, sind wir in unserer eigenen alten Küche wieder. Da ist der Balkon und morgen früh um sieben fahren wir wieder zur Autovermiedung und fahren zurück und holen das Ding ab. Sind ja nur hin und zurück 350 Kilometer. Das Kissen ist wichtig. Und der ganze Tag geht rauf. Für ein Kissen! Kommentare? Das ist kein Kissen, das ist ein Symbol. Ja, ein Symbol! Also wir sind jetzt gerade zwei Stunden gefahren. Wir sind angekommen. Moira sagt was. Tja, so ist das. Das ging um die ganze Welt. Das lasse ich doch nicht in Martha Martha. Das kannst du irgendwann mal... Nein! Okay. Und jetzt wollen wir wieder zurück. Zwei Stunden. Tschüss! So. Das war's. Wir hauen ab. Baselan, tschüss! Da war der Eingang. Hier ist Moira und jetzt müssen wir den Schlüssel, äh, sagen wir klar nicht, wo wir den hingelegt haben. Aber gleich werden wir hier abgeholt. Da oben irgendwo auf der Straße auf dem Berg und dann fahren wir nach Afrika. Supergeil, das Abhol-Shuttle besorgt für genau diesen Ort hier. Für... ...morgen! Eigentlich. Ja, jetzt fahren wir. Morgen kommt er. Toll, da sind wir schon da. Das Geile ist, das Privattaxi auf direktem Weg zum Flughafen ist aber noch willige... ...eineinhalb Wochen in Neuseeland. Wir haben nichts hier gesehen von dem Land. Zwei Tage waren wir mal unterwegs. Ansonsten haben wir von morgens bis abends gearbeitet an dem neuen Album, was natürlich wie wird. Äh, äh, äh... So wahrscheinlich ein bisschen kurz, aber dafür wird das Album noch geiler. Moira, sag jetzt! Es wird das Beste, was wir je gemacht haben. Es wird das Beste, was alle hier haben. Es wird das Beste, was ich je habe. Die Texte sind mehr Text als die Texte als mehr Text als mehr Text als mehr Text als. Okay, jetzt lasst uns wieder los! Ich bin jetzt auf der Flugzeuge und bin jetzt auf der Flugzeuge und bin jetzt auf der Flugzeuge. Ich bin jetzt auf der Flugzeuge und bin jetzt auf der Flugzeuge.